Moin Leute, endlich ist es soweit, Puck's Day ist da, also der Early Access. Wir versuchen das Spiel direkt heute am ersten Tag zu spielen, erstellen uns einen Charakter, laufen zu der Stelle, wo wir unsere große Siedlung bauen wollen und dann lassen wir uns mal überraschen, was alles so passiert. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt und freue mich schon aufs Spiel. Ich würde sagen, wir gucken das Intro und dann schnell ins Spiel. So, erst mal die Haarfarbe. Und die Bartfarbe eben. Augenbrauen wollen wir ja auch passend dazu. So. So. Können wir die, können wir die denn ein bisschen runtersetzen? Das sieht ein bisschen scheiße aus, oder? Keine Haare siebt bestimmt auch gar nicht. Ähm. Ich glaube, dann bleibe ich bei der Frisur. Ja. Hm. Aber wir müssen noch einen anderen Bart. So. So. Base Face. So ganz zufrieden bin ich damit nicht, irgendwie. Ich glaube, die nehmen wir. Äh. Augenfarbe braun. Okay. Okay. Oh, wir brauchen kein Shadow. Aber auch nicht. Lippen. Oh, richtig schöne volle Lippen. Nee, brauchen wir auch nicht. Weil wir könnten vielleicht. Ein bisschen. Nee, metallisch. Metallisch nicht. Ja. Wo gefällt mir das? So. Mal. Nee. Nee. Der Körperbau ist irgendwie strange, oder? Äh, weiß nicht. Nehmen wir das. Achso, High Clothing. Ah, da sieht man das ein bisschen besser. So, und Skin Tone. Ähm, Ruckles. Ich habe ja auch welche, ne? Ein bisschen. Ein bisschen sieht man die. Kaum kommt die Sonne raus, ist bei mir auch immer. Äh, will ich Tattoos haben? Ne, ich will keine. So, ähm, mal gucken, ob der noch da ist. Oh mein Gott. Das ist natürlich sehr geil. Ähm, so. Hier will ich hin. Create. Du, 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 du. Alter, hast du es wohl. Okay, Clan. Äh, nee. Create a new plan. Äh, die. Noch da. Juhu. So, wir haben es geschafft. Boom. Ähm. Edit Clan. Ja, das können wir ja später nochmal machen, ne? Weil wir können den auch mal eben schnell hinzufügen. Ach so, wow. Man kann nur eine Sache machen? Nee. Ist ja ein bisschen komisch, oder? Ah. Ah, da kommt es. Okay. Verstehe. Wir nehmen erst mal das hier. Können wir ja noch ändern. So. Dann, äh. Gehen wir mal. Dahin, wo wir hinwollen. Oh, Sigi ist auch schon da. Sehr gut. Äh, nee. Warte, ich hab. Ich hab den Guide gemacht und laufe erst mal falsch. So, müssen wir lang, ne? Ja. Was geht's? Lauf! Na, warte mal. Können wir nicht Sigi mal einladen? Sigi, warte. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Aber wie kann ich denn jemanden einladen, äh Membership? Warte mal, bleib mal stehen, bleib mal stehen, nein! Dann nicht, fuck. Kommt klar, ein Segwad, mh. Ah, siehste. So, Membership. Perfekt. Come on. So, direkt schon das erste Clan-Mitglied. Boom. Ich hoffe, er kann dann jetzt auch die Leute annehmen. Schauen wir mal. Also, wir haben hier auf jeden Fall einen Konkurrenten, der mitrennt. Ich weiß nicht, ob der zu uns gehört. Der Name sagt mir zumindest nichts. Wenn es Willem Alexander oder was? Egal. Ah. Ah. Ja doch. Äh, wir haben hier noch jemanden. Sehr gut. Sind wir schon mal zu dritt hier? Ja. 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 Weiß? Kling. Bauch? Naht. Naht. Okay? Naht. Ich hab nicht da. Naht. Ich hab nicht da. Hier hinterher. Daher. So, bin ich hier noch richtig? Oh, sieht ganz gut aus. Es läuft gefühlt auf jeden Fall besser als in der Alpha bei mir. So, ja, dann claimen wir doch mal. Jetzt muss ich noch vergessen, wie das geht. So, äh, d-d-d-d-d-d. Oh, nee. Help. But first you need to craft- oh, no. Stimmt. Noch doof. So, Construction Hammer, äh, Seppwood und Gnice. Oh. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Mehr, 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 mehr. Oh, da vorne wurde schon was geclaimed. Aber ansonsten ist hier noch alles frei. Sehr gut. Menu. Unclaimed Plot. Ich guck mal so, dass wir am Wasser schon was haben. So, Test, Test. Ja, nachdem ich die... Nachdem ich dann geclaimed hatte, musste ich leider weg. Das echte Leben hat gerufen. Und jetzt bin ich wieder da. Die Leute haben natürlich weitergespielt. Und es sieht inzwischen schon ganz anders aus. Dementsprechend sehr interessant. Ich zeige euch das einmal. Ich weiß nicht, ob ihr noch in Erinnerung habt, wie es aussah. Plötzlich sind hier schon die ersten Gebäude. Etliche Kisten, Handwerkszeug und alles Mögliche. Dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, für die erste Folge, weil es ja die ersten Schritte darstellen soll, mache ich erst mal alles auf eigene Faust. Wir machen erst mal nichts im Sinne von, dass ich die Frage, hey, könnt ihr mir was geben, sondern ich gucke jetzt erst mal, was so zu Anfang läuft. Wichtig ist ja, wir haben unseren Claim gesetzt. Das heißt, wir haben schon mal unser Gebiet beansprucht. Das machen wir mit dem Hammer. Und den Hammer können wir eben mit dem Crafting hier ganz normal mit zwei Sepert und einem Gneiss selbst bauen. Dementsprechend kein Problem. Den habe ich noch dabei. Wir brauchen noch ein bisschen Holz und Stein und noch mal Holz, damit wir hier quasi auch noch mal so ein, zwei Kleinigkeiten machen können. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit dem Abbau der ersten Sachen und so weiter, damit wir hier mal vorankommen. Das ist auf jeden Fall schon cool. Ich finde ja, obwohl das ja jetzt alles noch der Anfang ist und alles irgendwie kaputt aussieht und noch nicht fertig und so, es sieht halt schon cool aus. Einerseits von der Grafik, andererseits die Sachen, die die hier hergestellt haben, das passt einfach voll gut ins Spiel. So. Gucken wir denn mal. Ja, die haben wahrscheinlich schon alles leer geräubert hier. Ähm. Oh, wow. Diese Funktion finde ich übrigens ziemlich cool. Wir können uns quasi dann auch immer angucken, was wir da nehmen. Nutzt man wahrscheinlich nie. Aber in der Theorie könnten wir es. Jedes Mal. Schaut euch das an. Hier hat noch keiner gebaut. Noch ist der Fluss also sicher. Oh mein Gott. Da sind Eber und ich habe noch nichts, um mich zu wehren. Das ist nicht... So. Brauchen wir noch Steinchen? Das wäre gut. Salz haben wir ja schon mal. Obwohl, ich könnte ja schon mal den Pointy-Stick machen. zack. Zack. Können wir uns zumindest schon mal wehren, wenn jetzt wirklich so ein Eber auf die Idee kommt. Wobei, der mich wahrscheinlich glatt macht. Insgesamt muss ich sagen, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, es läuft irgendwie ein bisschen besser. Also, es gab ja auch nochmal ein Treiber-Update und sowas. Von daher geht das da mit Sicherheit auch rein. Aber das ist schon gut. Da vorne ist ein Stein, oder? Nein. Die haben ja echt nichts übergelassen. Immer nochmal Holz mit. Wenn wir schon mal hier sind, nicht verkehrt. da vorne ist ein Stein. Ah, hier auch. Oh, ja, ja. Wollen wir jetzt ja nicht. Crafting-Hammer Das ging fix. So, den Crafting-Hammer setze ich mal nach hinten, weil den bräuchte ich, glaube ich, nicht so häufig jetzt. Ja. Ähm, so. Und damit können wir uns dann schon mal ein bisschen wehren und abbauen und so ein Kram. Sehr schön. Ähm, ja, jetzt, jetzt muss ich ja quasi schon zu der, äh, Werkstatt da vorne. Dann gehen wir da mal hin. Oh. Gucken, ob sie mir helfen. Sonst weiß ich, ich versuche ihn mal. Das muss zu reichen. Nice. Ich hoffe, das ändern sie noch mal von der Animation her, ähm, wie er dann quasi den abbaut, weil, blub, ist ein bisschen komisch. Das sieht schon cool aus. Allein, allein das hier finde ich schon cool. Guckt euch das mal an. Ja, da fehlt noch was, aber das sieht doch schon cool aus. Wie sie hier alle rumgammeln. So, ähm. Okay, da haben wir schon mal den ganzen Kram. Blacksmith, Reppensmith, Arbenter. Das haben wir alles schon gebaut. So, hier vorne sind die Webstühle und so. Man muss schon echt eine Menge machen, ne? Lachs haben sie. Kleinen. Sehr cool. Ja, nur, dass ihr das mal seht. Ähm, unser Gebiet reicht von da vorne, wo gebaut ist, am Wasser, hier rüber, einmal hier rum, bis da, und hier dann wieder runter. also ziemlich groß schon mal. Unsere Stadt könnte ziemlich groß werden, wenn wir es denn hinkriegen. Und da hinten, äh, bei den, bei dem Gebirge hier, da hat sich tatsächlich, äh, jemand niedergelassen mit vier, fünf Claims. Mal gucken, wer das dann ist. Äh, werden wir dann ja kennenlernen. Also da kann man natürlich eine geile Festung obendrauf, ähm, bauen. Das war so, was ich im Hinterkopf hatte. Wäre nice. aber da war jemand schneller. Gut, schauen wir mal. So, ich frage jetzt mal in der Gruppe, ob mir jemand helfen kann, äh, ähm, mit der ersten Kleidung, wenn die schon so weit sind. Ich weiß, ich habe gesagt, das will ich zeigen. Obwohl, nee, ich will es ja zeigen. Ich, ich versuche es erst mal selber. Ähm, so. Dann schauen wir mal eben. So will es, dass ich mich in den beiden Alphas habe beliefern lassen. Von daher ist das für mich auch das erste Mal. Aber das war Absicht. Ähm, ich wollte halt gucken, wenn es dann losgeht, wie es sich anfühlt alles. Ich war nur für Bauen und Kämpfen da. Wir haben auch schon die ersten gebaut. So, da vorne. Das rote ist bestimmt was, was ich brauchen kann. Oder das? Sticht so heraus. Wiese. Blümchen habe ich mitgenommen. So, man hat mit dem Early Access übrigens eine Zeile mehr gekriegt, äh, beim Inventar. Für alle, die sich fragen, warum kann man denn auf einmal mehr mitnehmen? Äh, da gab es was extra. Oh mein, es wurde ja. Bringen wir dann gleich mal zurück. Nicht mehr vielleicht von den anderen was schnorren. Dann habe ich ja wenigstens meinen Teil dazu beigetragen. da sind ein paar Bären, die können wir vielleicht auch mal mitnehmen. Erdbeeren. Lecker, Erdbeeren. Oh, haben wir hier Lehm? Oh, kann man so mitnehmen. Zack. Hat sich der Ausflug doch gelohnt hier. Ich bin so ein wichtiges Mitglied der Gemeinschaft, ne? Hallo. Geh mal kurz. Äh? Ach. Okay, er gehört auch zu uns. Er hat ein bisschen außerhalb gebaut. Alles klar. Also, äh, ja. Wir sind scheinbar hier in diesem Heimertal, äh, etwas verstreut noch. So, wir haben ja noch Platz in der Truhe. Wow. Was zum Teufel ist hier passiert? Wir haben neue Rezepte, äh, gefunden. Warum auch immer. Die alle auf einmal aufgeploppt sind. so. So. Jetzt können wir auch das Schild bauen. Oder den Schild. wir bauen erst mal einfach alles. Wir sammeln ja eh die ganze Zeit was auf. So. Ähm. So war das, ja. Ja. Sehr schön. Ähm. Muss ich nur erst mal durch unsere Sortierung durchsteigen. War nicht so einfach. Vorne. Ich gucke in unseren Discord, da haben wir die Aufteilung, so. Tututututut. Alles was Pflanzen ist. Alles klar. Ja, dann fangen wir mal links an. Ich hoffe. So. Äh. müsste alles gewesen sein. Alles, was Holz ist, kommt hier rein. Und Packs. Packen wir das mal hier rein. Muss sonst jemand anders sortieren. Mega. Steinstoff. Tier. Hier ist alles, was Stein ist. So. So Tier gehört ja eigentlich auch das Fell, würde ich sagen, oder? Ach nee. Meinen die bestimmt hier. Zack. Wolle. Okay, das ist zum Kochen. Zum Essen und das ist zum Bauen. So. Pack das mal erstmal einfach hier hin. So, und das Essen. Hm. Ich glaube, das packe ich einfach hier mit hinten. Wie halt? Echt? Haben die schon alles gefunden? Junge, Junge. Ja, okay. Jetzt haben wir was gegessen. Ich wollte das eigentlich nicht ablegen. So, weil es schon voll ist. Ja, nicht. Zack. Kriegen wir erstmal rüber. Okay. Ähm. So. Wer auch immer das jetzt alles befüllen muss, der kann das dann tun. Panning Rack. Da können wir dann zehn Rohleder reinpacken. Hier können wir schön ein bisschen forchen. Okay, das einmal doppelt. Hier können wir schmelzen. Holzkohle. Hier wird dann Eisenbarren und alles hergestellt. Alles klar. Verstehe, verstehe. So. Haben die hier gemacht. Ja, das war die Schneiderstation, sage ich mal. So, aber. Was war das? Lachs muss man dafür erstmal machen. Ach, das ist unser Kram, den wir durch die Edition, die wir gekauft haben, kriegen. Und hier ist auch Galleon Gargoyle. Alles klar, alles klar. Okay, dann haben wir das ja geklärt. Ähm. War da jetzt noch was Besonderes? Basic Carpenter. Ne, das war ja nur das, was wir schon kennen. Interessant. Okay, äh, ich würde sagen, wir gehen nochmal auf eine Runde. Äh, wir sind hier schon voll ausgerüstet. Seht euch das an. Pass. Ähm. Wir gehen nochmal auf eine Farming-Runde. Erstens, weil ich einfach ein bisschen hier durch die Welt laufen will. Und zweitens, ähm. Weil. Ich noch nicht weiß, womit ich jetzt als nächstes anfange. Das gucken wir dann in der nächsten Folge. Zack, zack, zack. Alles einstecken hier. Muss das auch alles wieder weg sortieren, ne? Denkt. So. Wo können wir denn mal hin? Ah, hier kommt der nächste dann zu uns. Wo die alle unterwegs sind schon. Das weiß ich. Ja. Die Karte ist groß. Die Wege sind weit. Finde ich sehr geil. Verleiht dem Ganzen dann halt auch immer ein Gewicht. Ressourcen von A nach B schaffen ist quasi ein großer Aufwand. Und. I controlar 600,000 Euro. Oh, da vorne sind wieder Schweine. Wenn davon nur einer mitkommen würde, dann würde ich wieder einen machen. Aber die scheinen sehr nah beieinander zu stehen. Vorne kam ja nur einer mit, ne? Dann versuchen wir das mal bei dem. Aber wenn wir schon hier sind, können wir auch das um... Obts. Oh mein, Junge. Auf jeden Fall eine Menge von dem Zeug. Ich habe mir das übrigens so gedacht, dass ich nicht jede Folge quasi oder nicht jede Session aufzeichne, sondern vielleicht schon aufzeichne, aber nicht jede Session dann auch eine Folge wird, sondern dass ich dann nur vermeintlich interessante Parts hier reinschneide. Oder wenn ich merke, dass zwei Sachen gut zusammenpassen, dass ich das ein bisschen cutte. Er ist also nicht ganz so ungeschnitten wie sonst. Mit Sicherheit gibt es auch mal Folgen, die einfach so bleiben, wie sie sind. So wie diese hier. Da werde ich jetzt nicht viel machen. Und dann schauen wir mal, ob man den Eindruck des Games ganz gut vermittelt und trotzdem hinterherkommt. Weil wenn ich jetzt... Oh. Ah. Ah. Ich wollte auch nur einen. Ähm. Weil ich beim nächsten Mal quasi schon direkt die fetteste Rüstung habe, ist das natürlich auch ein bisschen doof. Dann habt ihr ja quasi den Weg dahin gar nicht mitbekommen. So. Kann mal nur einer mitkommen? Ja. So. Nein! Ja doch. Komm du jetzt her? Zack. Haben wir den auch weg. So. Haben wir noch was zu essen? Ja. Also ich muss sagen, ja, der Kampf ist jetzt immer noch nicht grandios. Auf keinen Fall. Das wäre definitiv zu viel gesagt. Ähm. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen besser als in der letzten Alpha. Irgendwie ein bisschen, ja, man kriegt schneller den, äh, oder das Trefferfeedback. Oh, ich will nur einmal eben kurz eilen. Dann will ich eigentlich den nächsten auch schon machen. Können wir mal gucken, wie schnell wir, okay, wir haben ja jetzt nicht viel gebaut. Ein bisschen haben wir da gekriegt. Latching auch. Beim Kampf. Bei den Speeren sind wir schon einmal aufgestiegen. Ja, und das ist keine richtige Kampf-Axt. Ähm. Dann machen wir das nächste Mal so. Also zu Anfang geht es relativ schnell und dann dauert es natürlich immer länger. Ich sag mal, wer Liv gespielt hat, der kennt das System, ja. Fick's. Na komm, können wir mal ein bisschen schneller heilen. Vielleicht sollte ich mir einfach irgendeine Heilpaste oder sowas holen. Wo waren die denn? Die waren doch hier vorne irgendwo. Seid ihr weitergezogen? Hallo? Die Vegetation ist so krass. Man sieht das hier echt schlecht an. So, da bin ich doch rausgekommen. Ja. So. Muss man wieder gucken, dass einer einzeln am besten mitkommt. So, komm. So, nur einer. So ist fein. So ging das doch schon besser. Wenn die Fähigkeit wieder da ist, dann machen wir den da auch noch weg. Dann ist der Wald wieder sicher. Zack. Erledigt. Und ich würde sagen, damit haben wir auch die erste Folge erledigt, denn ich gehe zurück, lege das alles raus und dann kümmere ich mich das erste Mal darum, was vielleicht koordiniert zu tun. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bleibt sauber. Ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020